hallo freunde liebe bikerinnen und biker ich bin es euer bobermann so jetzt wollte ich mal so langsam meine kutte vorne fertig stellen also wir mit hier von unsere gruppe hier die cbg cruiser boba gang haben wir schon so ein patch gemacht und dann jeweils mit diesen spitznamen darunter oder soll hier vorne auf linke brust oder herzseite drauf und die anderen patches habe ich schon hier soweit aufgeklebt weil hier ist das ein bisschen doof mit dem durch nähen und vor allen dingen über das leder so dicke sich habe schon nachgefragt und so aber das mit dem aufkleben hier mit diesem kleber hier oder funktioniert wunderbar also ist mega bomben hart hier das kriegt man gar nicht ab und so oder da habe ich jetzt auch schon schon das was ich jetzt hier gemacht habe ich schon mehrere tage auch trocknen lassen und wie gesagt der kollege kam gestern vorbei hat mir ja der die besorgt für uns der hat mir die vorbeigebracht und jetzt werde ich die erst mal alles richtig ausmessen dann werde ich die mit klebeband fixieren mit dem kugelschreiber werde ich das hier einmal so umranden wie ich bei den anderen auch gemacht hat dann klebe ich das klebeband nochmal sauber dahin und dann fange ich an alles an zu rauben ist ganz wichtig beidseitig ne also die patches und die led also die kutte und dann werde ich das schön aufkleben mit hat auch schöne haftung hat ne ok also ich habe das jetzt mal abgemessen also wenn die kutte so zu sich hatte die gerade schon an dann sieht das jetzt hier schräg aus aber wenn die kutte offen ist dann sieht das gerade aus ja ist alles nicht so einfach das muss ja jetzt erstmal hundertprozentig hundertprozentig sitzen damit ich dann auch vernünftig aufkleben kann ja da müssen wir mal gucken wie ich das jetzt mache ich mache die gleich noch mal auf aber meistens habe ich die erhoffen also dann ist das schon gerade naja so jetzt habe ich das richtig vernünftig gemacht jetzt habe ich jetzt hier schon mit dem kugelschreiber die umrandungen so gezeichnet jetzt werde ich das alles vernünftig jetzt mit den klebeband abkleben dann kommt der patch weg da will ich alles anrauen und der patch dann aufkleben und danach weiß nicht muss ich gucken ob ich dann zentimeter zwei je nachdem platz das kommt dann der spitzenarmäne bohmermänner hin so jetzt wird das leder und der patch wird jetzt angeraut jetzt habe ich die umrandung schon gemacht und da wird der kleber aufgetragen und der patch aufgeklebt und dann beschwert so hat jeder habe jetzt angeraut man kann jetzt hier schleifepapier schmiedelpapier nehmen sieht man ja das angeraut ist aber ich habe jetzt hier mit so einem messer hier gemacht da geht das auch mit da kann man das hier so anrauen das funktioniert alles das sagen jetzt habe ich auch schon angeraut jetzt jetzt mache ich mal hier den kleber drauf natürlich dann schön drauf machen schön verteilen und dann auf dem patch und dann klebe ich dann gleich den patch auf so den kleber den habe ich jetzt hier großzügig verteilt ich habe den auch so ein bisschen ablüften lassen und auch schön in der ecken verteilt und auf dem patch habe ich jetzt auch den kleber schon aufgemacht und ein bisschen ablüften lassen und jetzt gucken ob ich jetzt so hinkriegt jetzt klippe ich mit euch zusammen im patch ja wie gesagt ein bisschen anziehen lassen schön die ecken festrücken also wie gesagt wenn er trocken ist bombe der kleber der wirklich bombe also ich kann nur weiterempfehlen weil der ist astreiner kleber jetzt nehme ich dann keine ahnung eine kerze und beschwert jetzt erstmal ein bisschen so der erste patch ist jetzt aufgeklickt jetzt ziehe ich mal langsam hier der klebeband hier ab und also wie man zieht immer nach oben ab so wegziehen so sieht jetzt der erste patch aus dass hier die klebereste hier die formel ich dann noch weg hier die kann man hier so weg machen und jetzt mache ich das selbe spiel mit dem zweiten patch so jetzt habe ich den zweiten patch auch dran ich habe jetzt einen abstand gelassen von der oberen linie hier von der weißen von circa zwei zentimeter aber ich finde das sieht schon so okay aus wie gesagt jetzt tue ich noch mal alles schön umranden abkleben anrauen und dann mache ich den zweiten patch würde ich auch auf so abgeklebt habe ich das jetzt vernünftig jetzt wenn ich das jetzt hier eben mal so anrauen so richtig ist hier in den ecken auch das ist wichtig damit der kleber gut hält damit sich das nicht löst und einfach nur sagt hier kann man wie gesagt schleifpapier schmiedel papier nehmen von hier so ein messer mit sonne hier so eine gegriftet messer gesellte hier ein scharfes messer nehmen einfach hier so ein bisschen hat alles ein bisschen so matt ist hier sage ich jetzt mal sie hat alles hier so ein bisschen anlöst anrauen das hält vom fest mit anderen auge macht man merkt dann auch wieder leder dann gleich mal sich so löst wieder so eine ecken ist wichtig oben bekannten oder dasselbe mal gleich noch einmal auf dem patch und dann klebe ich dann wieder auf so jetzt klebe ich den bobbermann drauf hier super jetzt dass ich dazu gesagt beschwer ich noch mal alles richtig andrücken ein bisschen abwarten so der letzte patch ist jetzt auch aufgeklebt also so wie die kutte jetzt erst mal vorne ist und so so werde ich dir auch lassen weil ich glaube mehr mache ich auch nicht dran reicht ja auch weiter drauf ist und ja jetzt mache ich hier noch mal hier den kleber vorsichtig ab so freunde hier so sieht das ergebnis jetzt soweit aus also wie gesagt die saison 22 kann kommen ich freue mich schon in die ganzen kollegen da die patches müssen noch soweit verteilt werden wenn die ganzen kollegen die auch auf der kutte haben und wir dann gemeinsam rumfahren ja wir haben schon schöne touren geplant und so also wie gesagt also ich freue mich schon total ne ok freunde ihr wisst bescheid wenn ich das video gefallen hat abonnieren nicht vergessen daumen nach oben bis dann euer bohrmann ciao